Musik Mal schauen was hier noch so drin ist Woow Ok, geht das doch Woow Lass mich in Ruhe Ich wollte das nicht Man hat mich gezwungen Dann verfolgt er mich Ich hoffe nicht und endlich lang So Grabständergeister wären unschön Ich kann keine Büsche mehr aufheben Ah, hab schon sehr lecker Dann hole ich mir die anderen Büsche hier Klack klack Essen So, Moment Ich bin jetzt einmal eine Runde gelaufen Super, dann gehen wir jetzt mal hier in die Richtung Und gucken mal Ob wir hier noch was anderes finden Aber das ist auch Ende hier gewesen, gell? Den können wir ja nicht mehr mitnehmen Äh, hier war ich auch schon gewesen Mal schauen Ah, da so ein Schweine Wo komm ich denn da rüber? Ah, schon wieder einer Na komm her Okay, Moment Okay, Moment Lass mich ein bisschen weg von dem Typen Äh, ein Rubber Bug Äh, okay Mitnehmen Und Jobben 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 Ich weiß gerade nicht ob ich den brauche Ich denke mir mal dass das Zeug auch nicht unbedingt unselten sei Ach guck mal hier haben wir auch schon mehr als 5 Also da lasse ich das hier liegen Dann nehme ich den dann noch mit Da haben wir auch schon mehr als 40 Okay Das habe ich gar nicht gesehen Na gut Dann schauen wir was wir jetzt hier noch finden Okay, geht schon mal nach oben So Wege sind eigentlich immer ganz cool Die Führen Manchmal Schweine Spinnen Okay Oh Was ist denn hier für ein Jackpot Und Essen 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 So, jetzt sind wir erstmal voll, hier haben wir noch übel viele Spinnen und so einen Spar, alter. WTF, hier gehts ja richtig ab was Spinnen angeht. So, nochmal 3 Daffen, kann ich auch noch mitnehmen. Darf man natürlich nicht, erstmal hier wollen. So, essen. Das will ich doch gar nicht haben. Ich will das da. Und ich will noch einmal, und soll ich hier das da, genau. Ich meine, jetzt ins Bett, die Spinnen kommen langsam. Oh, die sieht man hier. Sehr interessant. Das könnte ich jetzt suchen, was mit meinem Dings passiert, mit meinem Fenster. Ja, halt die erste fest. Ähm... Guck mal, das ist das komische Robberding, ich mach mal hier. Äh, ich würde gerne... Oh, aber wie kommt das, was ich jetzt hier liegen? Ich bin die Spinndinger mit der. Boah, was ist denn heute los mit diesem komischen Dings hier? Das ist... Ich bin, wem gibt es ja nicht. Okay, haben wir übrigens gerade lang genug aufgehalten. Jetzt habe ich mal alles liegen gelassen da oben. Äh, was mir lieb und teuer war. Was ist das denn? Fairy Bush? Gut, mach mal hier ein normales Feuer. Die kenn ich ja noch gar nicht. Okay, dann nehm ich mal mit. Na, ist. So, ist. 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 Und ist. Super. Okay. Wir gehen gerade ein bisschen brain deaf, würde ich mal meinen. Da tut sich gerade unsere Gehirne leicht verabschieden. Cool, diese Bärenbüsche, die gefallen mir jetzt richtig gut. Oh, Blume. Keine Blume gefunden. Kann die Nachbarn vorbeigehen, ich sehe langsam Geister, ich muss Blumen finden. Ähm, wie sieht's das aus der Map? Ähm, wir können jetzt mal hier rüber machen. Hier. Und dann gucken wir mal, ob wir hier ringsherum vielleicht was... Wenn wir hier ringsherum die Situation haben wir einen absoluten Checkout gezogen. Wir haben jetzt eigentlich alles, was wir brauchen. Kann ich theoretisch eigentlich die Schaufen wegschmeißen. Mit jedem Spaß zu mitnehmen. Oh, oh mein Gott. Naemon. Ich hab ja gerade die Schaufen weggeschmissen. Yey, geil. Ich hab hier so ne Chest. Ja, warte mal, wenn ich so ne Chest hab. Flup, 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 flup. Dann komm mal mit. Warte? Doch, kann ich endlich mitnehmen. Der ist ja super. Ey, die hab ich jetzt gerade so im Recht bekommen, die Chest. Die gefällt mir. So. Nein, nein, nein. Das war keine Gute. LOL. Das hat mir Gehirn dazu gegeben. Das, die Dinger können ja heilen. Deswegen sind die mir gerade so wertvoll. Dann lauf mal über dieses verpestete Ding hier drüber. Und damit machen wir Blumen. Ähm, Moment. Komm mal her. So, warte mal. Hier haben wir noch 40 von... Dann hab ich doch noch über 40 von gehabt. Wo sind die 40? Mal. Achso. Ist ja nicht mehr ganz 40, weil ich sogar verballert habe. Na gut, lass es mal hier hochlaufen, dein kleiner. Und dann guck mal, mal Blümchen. Super. Die baue ich nämlich jetzt auch. So, oh, Blümchen, Blümchen, Blümchen. Was ist denn, dass wir den komischen Bild schon mehr... Das geht mir gerade ein bisschen auf den... Keks. Was ist denn sonst noch nie passiert? So, hier oben ist erstmal nichts mehr. Witzepiney. Ja, vollkommen richtig. Ich denke mal, Peiney heißt sowas wie Tanne. Blümchen, Blümchen, Blümchen. Okay, also ein Schweinchen. Pilze machen wir mal mit, da haben wir sonst auch mal nie. Ups. Komm mal, ja, Chester. So, du kriegst nämlich jetzt mal 10 davon noch. Und dann kriegst du nochmal 4 Spider-Glade. Und ich will diesen Pilz hier mit. Ich könnte jetzt die Pilze mitnehmen, weil ich immer mit da habe. Und naja, das ist jetzt hier übrigens die erste Wahl bei mir. So, wir schauen mal, das ist Taptics-Taperein hier. Okay, wir laufen jetzt einmal in die Richtung hier noch. Aber ich glaube, der Biom wird sich hier nicht ändern. Da müssen wir noch woanders langlaufen mal. Dann noch ein Bärenbusch. Dann sind wir auch bald wieder bei geistig vollkommener Gesundheit. Dann können wir noch so 3-4 Blumen finden. Sollte sich das ja... Jetzt geht es natürlich wieder ein bisschen runter. Weil es jetzt regnet. Und wenn es gleich nachts ist, dann müssen wir noch mehr runtergehen. Dann siehst du hier immer noch. Bitfire. So, mal schauen, was hier noch ist. Das ist mittlerweile auch voll okay. Aber ich kann nicht mitnehmen, das Zeug. Nein, nicht so. Normal mitnehmen. Nein, ich habe die Blitze nicht ausgeschaltet. Oh, nee. Das war so assig. Du hattest ja das Schönes aufgebaut. Da kommt zum Blitz und ja, alles kaputt. Ah ja, ist echt Checkpoint, was ich hier gelandet habe. Ich habe schon einmal Puff, wo habe ich das denn her? Bin ich gleich vorwürdig. Na mal schauen, was man jetzt zu finden. Jetzt habe ich ja ausgeschaltet. Wir spielen also jetzt Roach of Giants. Liebe Freunde, das ist mir jetzt unbewusst gewesen. Ich denke, ich habe jetzt ausgeschaltet, aber anscheinend nicht. Okay, wir spielen Roach of Giants. Es gibt neue Monster jetzt für uns. Hier war ich dir erleben schon. Hier war ich dir erleben schon. Und wie spannend ist es hier nicht. Ich kann mal gucken, ob ich hier mache. Das war's für heute. Hm, na gut. Äh, irgendwas den Chester geben? Na, willst du was nehmen? Nee, anscheinend will er nicht. Dann droppe ich hier jetzt mal die Schaufel hin und was fehlt mir denn? Ach, weiß ich die Steine nicht, wenn du aber das war. Äh, natürlich mal das hier rein und dann kann ich mir jetzt sicherlich... Immer noch nicht. Ich hab... Ach, Flints brauche ich keine Steine. Flints. Sooo... Dann machen wir uns mal eine Axt. Ich hab... Vielen Dank.